Hey, 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 meine Freunde, ich war mal wieder ein Lover, wie andauernd, quasi. Und mein Lover-Kollege war Crewmate und alle Leute wollten ihn rauswerfen. Ich musste ihn auf Teufel kommen raus verteidigen. Und das habe ich auch gemacht. Wenn ihr jetzt euch denkt, oh mein Gott, Blesk, du bist der beste Lover, den es gibt, dann gebt noch einen Daumen nach oben. Na und nicht so gerne, viel Spaß. Have fun. You are in love with France. Sache jetzt schon, wie das mit Franz ablaufen wird. Franz stirbt. Ich bin auch tot. Ich kann nämlich irgendwie wissen lassen, äh... Franz, wenn du ein Poster bist, töte einfach vor mir, okay? Töte einfach straight up vor meinem Gesicht. Ich gebe dir eine fucking Lüge für. Freilab, vier Admin, Officer 2. Er ist wahrscheinlich einfach nur normaler... Crewmate. Es wäre cool, wenn er Imposter wäre. Danke, dass ihr reportet habt. Franz, bist du Imposter oder bist du Crew? Ich habe keine Aufgabe gemacht, wenn es deine Frage ist. Aber ich bin... Ich habe eine besondere Rolle, aber ich bin kein Imposter. Ach, scheiße. Tut mir leid, aber nicht schlecht. Ja, alles gut. Haben wir einen Engineer? Mhm. Warte mal, hast du gerade den Engineer gebaitet? Ja, weil ich jemanden wenden habe sehen und wenn er jetzt nicht sagt, dass er Engineer ist, wird er Imposter sein. Es gibt auch manche Engineers. Also entweder äußert sich jetzt hier einer als Engineer, ansonsten muss ich ihn als... Sag doch einfach. Ich habe doch... Ich habe gesagt... Swabine hat ein Hm gesagt. Okay, Swabine ist also Engineer, ja? Ach so, sie wenden sehen? Ja. Von wo nach hoch? Oben im Lab in Toiletten. Ich vertraue ihr blind. Da ist sie rein oder rausgewendet? Sie ist rausgewendet. Also sie ist rausgekommen aus den Toiletten. Okay, also die Leiche liegt oben rechts auf dem Scannen. Ich habe vorher drei Punkte Lab gesehen. Jeff und Miranda waren vorher im Lab. Ja, ich bin ja rausgerannt, hat Leitz gefixt. Warte mal, und Swabine ist da rausgewendet? Da ist mir dann West auch entgegen gekommen. Ach, du hast Leitz gefixt, Miranda? Ja, ja, ich habe Leitz gefixt. West ist ja auch noch gekommen, der hat ja gesehen, dass ich da war. Die muss aber ja relativ frisch sein, die Leiche dann oder nicht. Ja, jeden, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auch einen Live-Line, ich habe es gesehen, deswegen bin ich direkt hoch. Dann können wir Floppy rausnehmen für den Kill. Ja, ich kann auch noch Timurus rausnehmen. Ich habe da noch ein paar Tage gesehen, wie er zum Scanner gelaufen ist und ich bin eigentlich runter. Ey, ich kann noch Timurus rausnehmen, der kam gerade links in den Office rein. Ja, auf den Office. Wer war denn jetzt noch im Office mit dir, Miranda? Oder bist du irgendwie gekostet oder so? Eieiei. Nee, ich bin ja gerade von Lab Richtung Electrical gelaufen. Miranda, wo hast du Sabine Wenden gesehen? Ja, in Toiletten. Die ist aus Toiletten rausgesprungen gekommen. Aber ist das nicht genau die Location? Ich bin dann panisch geworden, wollte eigentlich zum Button. Ich dachte mir so, okay, wenn sie jetzt im Post ist, wird sie mich unten abpassen. Dann gingen die Leitz aus, bin rüber gelaufen. Ich fände sie Killkulern hat. Wieder haben die Leitz gefixt. West kam mir dann entgegen, hat ja gesehen, dass ich die gefixt habe. Und jetzt bin ich wieder rausgelaufen gerade und dann habt ihr reportet. Wer ist denn gerade oben rechts in die Kondür? Wilde Geschichte. Die Kondür, da ist jemand reingelaufen. Ja, wilde Geschichte. Aber wenn ich es für die Leitz aus sehe, dass ich ihn gesehen habe, muss ich ja mega Probleme haben. Also ich habe vorher Jeff und Mirana im Lab gesehen. Da war ich doch auch zu Beginn. Ja. Haben sie auch gesagt. Jeff hat gesagt, er ist ein Presserman und Mirana hat gesagt, sie ist nach links zu Elektrical. Ich bin nach unten. Bin zu Zervreporter, ich weiß. So, Wiener. Ja, keine Ahnung, wer Imposter ist. Aber ich würde halt ganz gerne nicht sterben mit meinem Kollegen zusammen. Man muss halt immer aufpassen, dass man es mir nicht so offensichtlich macht, dass man Love Couple ist. Ansonsten ist es natürlich einfach ein Free Double für die Imposter. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ach nee, du. Ach nee. Ach nee, ey. Hat jetzt nicht, ich glaube, er hat sie an mir umgebracht, actually. Wenn jetzt nicht zufällig noch jemand in den Specimen war. Aber ich glaube nicht. Ne, da waren nur zwei Punkte. Also, ich bin rein mit Max in den Specimen. Und während wir so am Laufen sind, geht das Licht aus. Ja, ich fixe Licht instant, um zu beweisen, hey, ich bin wirklich ein Engineer. Ich habe niemanden gekillt im Lab, okay? Und dann stelle ich mich zum Download und dann ist der Download fertig. Ja, und dann liegt Max da dead. Which means, he shot me. Grundsätzlich völlig okay. Also, keiner hat das Licht gefixt, ja. Ich habe gerade das Licht gefixt, ja. Ja, ich kann es bestätigen. Ich war gerade beim Download. Mein Download war fertig, das Licht ging an und da war niemand. Also, muss das gefixt werden vom Angie. Ich finde es nur mega weird, dass nachdem es instant gefixt wurde. Oder wurde es instant von dir gefixt? Ist es leid? Nicht so instant, instant, aber schon so. Ah, okay. Da wusste es Max vielleicht nicht. Das, was Sabine sagt, stimmt. Schon schnell, ich hätte gespielt. Machst du keine Aufgaben schon, Tau? Oder was ist los? Doch, ich mache Aufgaben. Ah. Du hattest wieder Atmen-Info. Ich habe Web-Instasks gemacht. I guess, äh. Ich, also, für mich ist jetzt das letzte Runde halt immer noch fragwürdig was mit Mirana, weil sie könnte theoretisch gekillt haben und dann rausgelaufen sein. Ja, wie gesagt, erste Runde waren Blau und Lila fast zum Zeitpunkt des Todes in Lab oben. Kurze Überlegung, wie konnte ich Sabine gesehen haben, wenn ich keine normale Vision habe und sie mich nicht gesehen hat? Ratter, ratter, ratter. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich bin Leiter. Ich habe dich aber trotzdem gesehen. Mirana ist Leiter. Du warst nicht so weit weg, du standst ja genau an der Ecke zum Badezimmer. Mirana, und du hast den Kill nicht gesehen? Der war noch kein Kill. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, weißt du, wann ich rausgelaufen bin? Achso, du warst schon am Leiter. Entschuldige, Entschuldige, ich versuch das so richtig zu hören. Aber dann muss, also die Sache ist, es kann ja, hinter mir keiner... Kann auch jemand hochgewendet sein. Nein, aber zu keinem Punkt des Kill war ich am Leiter fixen und Bless kam dazu. Nein, nein, Sabina. Warst du ganze Zeit im Wend drin, Sabina? Ich bin zwei. Schwarz und Weiß waren alleine unten gerade ins Beste. Also, also habe ich da Tau oder Jeff die Kill gemacht? Nein, ich bin immer noch Spy, deswegen weiß ich auch, welche Leute, wo waren, farbentechnisch. Eben gerade waren Flask und Flobby oben in Lapt. Ich habe auch eure beiden Farben gesehen. Das stimmt nicht. Sabina, warst du ganz Zeit da im Benz? Das war ja auch hier Orange. Good job, Chantau. Orange und Pink halt. Nicht vergessen, können auch ein Self-Report gießen. Wir haben kurze Zeit. Der wird sowieso nicht getötet worden. So hin ist relativ safe, auch schon Tau hat schon eine Rolle geclaimt. Rolle Claims als eben Poster. Statt-Wicky. Machen wir die Tarsen in den gefährlichen Kinder-Neue-Ankommens. Jeff ist unter Umständen etwas gefährlich. Mirana ist auch gefährlich, würde ich behaupten, weil sie den Engineer überführt hat. Das macht man als Crew, aber das kann man auch als Imposter machen. Ist ja nicht so, also... Was klang? Ich glaube, Mirana ist wahrscheinlich eher Crew. Mirana ist höchstwahrscheinlich eher Crew, würde ich behaupten. Flobby und Mirana sind hier. 2Office, 2Lab und O2. 2Office, 2Lab und O2. Das war ein Flobby-Franz. 2Office, 2Lab und O2. Das war ein Franz Mirana. 2Office, 2Lab und O2. Stimmt aber auch keine Person. Einmal gucken wir noch drauf. Lobby-Wahrscheinlichkeit der Imposter ist relativ hoch. Mirana ist schon 1.000 hier. 4Admin und Office. 4Admin und Office. Jetzt kann es passieren und jetzt kann sein, dass Franz und ich sterben werden. Tim Horus und Jeff sind hier. Weiß ist gestorben. Das war nicht Tim Horus. Okay, Sabine ist bei den Wasserrädern gewesen gerade noch vor 5 Sekunden. Unten links oder was? Genau, bei Office in der Nähe. Ich stand gerade mit Vlesk und mit Jeff an Lifeline, als der Kill gefallen ist. Ich wollte den Button drücken, weil ich was komisches gesehen habe. Ich glaube, dass Flobby gewendet ist unter den Wasserrädern, aber dann die Leids out. Ich glaube, Jeff und Franz sind die Bosse. Swabine liegt links. Ich bin jetzt gerade raus Richtung Licht. Und ich bin links aus dem Gang raus und habe einen Report-Button gekriegt. Ich bin einfach nur Crewmate. Ich stehe gerade im Lab und bin bei meiner letzten Task, das ist die Kabel-Tast, auf dem Vent. Der Kill ist gerade passiert, vor 2 Sekunden. Ich glaube, ich habe Flobby unten unter Atmen-Wänden gesehen. Ne, ich habe meine Task dort gemacht, dieses Wasserräder-Dingsbums. Wie bist du jetzt so schnell ins Lab gekommen, Flobby? Ne, das ist schon in Ewigkeiten her. Achso, okay. Und ich habe jetzt meine letzte Task, wie gesagt, die Kabel-Tast, auf dem Vent. Und ich glaube, Jeff ist ein Imposter, weil er ein mega weirdes Movement hatte. Nee, ich habe übelste Rückenschmerzen. Na gut, das kann auch sein. Und ich habe Franz hat hier self-reported. Also einfach von dem her, wo die Leute waren. Für mich kommt auch gerade, weil es so schnell war. Weil Chantau ist der Letzte, der vom Admin-Table hochgelaufen ist. Ich bin rechts auf was rausgelaufen, kann Vlesk was bestätigen. Chantau, welche Rolle hast du mit der Nummer? Ich bin zwei. Der Report war so schnell da, Vlesk. Du hast es doch auch gesehen. Jeff auch. Denkst du, dass Franz ist, ja? Ich bin links vom Button rausgelaufen, weil niemand nicht gepflegt hat. Richtiges Scheiß-Timing. Also richtig gutes Timing für den Imposter. Also was sollte ich gesehen haben? Genau, das meinte ich jetzt. Ich war gerade in einer T-Kreuzung und dann wurde reportet. Licht war aus. Wo hast du, Glenn, immer reportet? Ich bin links unterm Button rausgelaufen. Hab einen Report-Button gekriegt, weil ich wollte Button drücken, um Floppy rauszuhauen, weil ich denke, dass er gewandet ist. Wie gesagt, dass er denkt. Warum haben wir Franz? Okay, dann, also ich weiß, ich weiß aus sicheren Quellen, dass Franz kein Imposter ist. Dann würde ich tatsächlich Jeff und Floppy sagen. Ne, ich bin ein Crewmate. Ich stand auch gerade im Lab. Also Franz ist auf jeden Fall ein Imposter. Wieso denkst du nicht, dass es mir da sein könnte, Vlesk? Der kommt jetzt... Fall ich einfach für deutlich weniger, wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber es kann trotzdem sein. Also in der ersten Grunde war, wie gesagt, wieder am blauen Lab. Ich glaube auch, dass er Jeff ist, aber... Ich bin jetzt ein Specimen. Hm. Jeff und eine weitere Person. Jeff und Tim Horus wahrscheinlich, oder? Vielleicht gibt Tim Horus einfach nur eine Alibi, das kann natürlich sein. Dann müssen wir als Lover aber wahrscheinlich jetzt auch schnell acten. Vor allem bei dem darf ich es besonders nicht bleiben. Tim Horus ist hier. Ich dachte halt, dass Vlesk kein Imposter sein kann, weil er halt kein Wort einfach vorgesagt hat. Hä, wieso ist Jeff nicht raus? Hatten wir gerade zwei Skips? Ja, mit 2-2, ja. 2-2, ja. Ah, sorry. Ich dachte, Jeff wurde rausgewordet. Sorry. Aber auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, ich dachte, Vlesk kein Imposter sein, weil er hat einfach kein Wort gesagt. Und ich habe ihn noch nie in den Imposter ohne spielen sehen, ohne irgendwie was großartig zu sagen. Aber jetzt gerade hat er auch geredet. Aber ich will auf jeden Fall Franz hier raus holen, weil es kann sein, dass Jeff kein Imposter ist, sondern dass Franz noch Vlesk zum Beispiel wären. Aber bei Franz bin ich mir zu 100% sicher allein, weil er auf mich schießt, ohne, also... Ich habe dich wenden sehen, Flori. Ich habe doch da die Task gemacht. Das sind doch jetzt einfach zwei Ansichten. Ja, aber du schießt so doll mit so einem grundlosen Aspekt, dass ich dort stand. Ja, weil Spabine doch Engineer war. Ja, aber ich stehe doch nur da. Ich kann doch auch die Task machen. Nur weil ich dort stehe, schießt du so doll, dass ich... Nee, das machst du nicht als Komit. Ich habe doch gedacht, dass du gewendet bist, deswegen gibt es doch einen Button. Franz ist kein Imposter. Wir haben Wires, aber wir haben keine Wasserräder. Wir haben Wasserräder, ich habe Wasserräder und Wires. Wasserräder kann man haben trotzdem. Ich musste die Kabeltast rechts oben in O2 machen, dann die vor dem Decontamination und dann die über dem... Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich und Franz, wir sind Lover Couple. Franz ist Crewmate. Wir müssen jetzt voten, weil wir ansonsten mit einem Kill auf einen von uns beiden rausfliegen. Und dann braucht es ein Double Kill auf mir oder Franz plus einen zweiten Crewmate Reich, den Postum zu gewinnen. Deswegen würde ich mich jetzt ganz gerne von Jeff verabschieden. Nein, das macht keinen Sinn. Nein, auch Franz ist zu voten. Das macht wirklich... Ja, überhaupt nicht. Hä, Floppy, was ist das denn jetzt? Du wohnst damit zwei Leute raus. Ich gehe mit auf Franz. Ich gehe 100% nicht mit auf Franz. Nein, ich vote nicht zwei Crewmates raus. Einer von euch beiden ist auf jeden Fall Imposter. Das kann nicht sein. Also, dass das Flas und Franz Lover sind, das habe ich aus den letzten Minuten schon rausgehört. Aber es ist doch okay, dann sind beide raus. Dann haben wir einen Imposter raus. Aber das können ja auch Doppel Crewmate sein, Floppy. Nein, werden sie nicht. Also, es muss von Jeff, Franz und Wless müssen zwei Imposter sein. Ich glaube halt nicht, dass Floppy ein Imposter ist, weil der mit so einem Druck irgendwie einen Imposter rauskicken will. Das macht einen nicht als Imposter. Ja, weil Franz hat auf mich schiebt, komplett mit diesem... Nur weil ich dort stand und meine Tasche... Ja, Franz hat mich entweder angelogen, sein Lover, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Franz Crewmate ist und sie einfach verguckt hat. Aus meiner POV ist Floppy gewandet und Floppy never ingeniert. Und deswegen hätte ich da auf den Button gedrückt. Ich glaube, das ist das Bestrafts, deswegen. Ich freue mich doch, Schantau. Kann natürlich... Also, wir können... Wir können natürlich. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir daneben liegen. Aber wenn wir da keine Einigung finden und die Imposter riechen, dass wir Lover Couple sind, dann ist das für uns natürlich mega scheiße, weil die Imposter einen Double Kill brauchen. Sprich, lieber verlasse ich mich jetzt darauf, dass ich den Imposter richtig raus habe und Tim Horus einfach Nummer 2 ist vielleicht. Ähm... Also, wie gesagt, ich habe Franz ja vorhin gefragt, ob er Imposter ist und an der Stelle hätte er einfach zu mir sagen können, ja. Aus Spaß. Dann hätte ich aber sofort verstanden, okay, er ist Lover Imposter, ich muss ihm helfen. Jetzt nehme ich ihn halt beim Wort und denke, dass er Crewmate ist. Außerdem hat er halt... Ist mir so ängstlich hinterhergelaufen die ganze Zeit, dass ich nicht denke, dass er wirklich... Ähm... Imposter ist. Es kann sein, dass Franz Imposter ist und einfach nicht wollte, dass ich sterbe. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott. 14 Sekunden. Wir haben so ein Glück. Oh, warum haben wir Glück? Naja, weil ich glaube, dass ihr beide Imposter seid. Franz und Bläst. Ich glaube nicht, dass ich ein Imposter war. Nee, dann werden zwei... Dafür hat Bläst mir viel zu hart Franz gedeckt und Franz ist zu 100% Imposter. Wisst ihr, ich erkläre euch jetzt... Ich erkläre dir jetzt nochmal, was passiert ist in der ersten Runde. Ich war Lover mit Franz und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich habe in der ersten Runde Franz gefragt, durch die Blume so, ihr wusstet noch nicht, dass es wir Lover sind, da habe ich Franz gefragt, Franz, bist du Imposter oder Crewmate? Und an der Stelle hätte er mir signalisieren können, dass er Imposter ist, hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin einfach Crew. Deswegen, selbst wenn Franz Imposter wäre, wüsste ich es jetzt nicht, aber das würde er nicht machen. Das wäre so abgefuckt. Er hat mir einfach gesagt, dass er Crew ist. Wir haben doch Mirana, Chantau und ich jetzt gewonnen, wenn wir Les oder Franz wohnen, beziehungsweise eher Franz. Weil wenn Jeff der andere Imposter war... Nein, dann gibt es doch Imposter-Roll. Was, bist du? Dann seid ihr zu dritt und ihr habt Imposter-Roll. Hä? Floppy, was raust du denn gerade? Passt auf, wenn wir noch Lover und zwei Imposter drin haben, dann haben die Crewmates eh verloren. Die Chance ist aber, dass Jeff Imposter war... Nein! Wir sind Lover-Crewmates. Es kann sein, dass zwei Crewmates Lover sind und die gewinnen zusammen mit der Crew. Ja, aber ich glaube, dass Mirana und Chantau, glaube ich, dass sie ihre Rollen. Und ich bin Crewmate, das heißt, es ist falsch, was ihr sagt. Und ich glaube, du lügst. Und deswegen glaube ich, dass Franz daran passt. Mirana, was hast du für eine extra Rolle? Ich bin Leiter. Mirana, Schlantau ist der mit den Spuren und ich bin Crewmate. Nein, Chantau ist Spy und hat seine Spy-Informationen nicht richtig kommuniziert. Also ich kann euch auch sagen, ich habe den Horus eben im Lab gesehen. Der ist halt runtergegangen, hat seine Wires gemacht. 15 Sekunden. Ist dann rausgelaufen, ist runter Richtung Dingens. Selbst dann kann es Franz ja nicht sein, weil wir sind ja unten in die Kunde reingelaufen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, Mirana nicht mit der Leiterrolle. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ihr könnt mich kicken, aber dann sagt ihr, dann geht die Runde weiter. Als ob Franz das überlebt. Ich meine nur, erster Kill, im Lab waren wir zusammen. Zweiter Kill war ich unten stehen geblieben, am Admin-Pult, bin in ein Specimen reingelaufen. Du kannst es retten. Mirana ist Franz geboten, right? Also wenn wir einen Double-Win haben wollen, wenn wir einen Double-Win haben wollen, dann müssen wir den richtigen Imposter wischen. Der Imposter kann uns aber leicht töten und hat sofort gewonnen. Deswegen gehe ich auf Mirana, weil das für mich halt die Höchste wahrscheinlich ist, dass wir hier gewonnen haben. Das ist kompletter Int. Das ist kompletter Int, wenn ihr mich rauskickt für den Imposter. Habt Spaß. Irgendwann nicht gewartet. Ich kann mir vorstellen, dass Franz tatsächlich der Imposter ist und es mir einfach nicht gesagt hat. Der war irgendwann halt eh nicht gewartet von euch. Ich bin vorbei jetzt, oder? Ja? Fuck. Ach, wir müssen ja bei drei Leuten ankommen. Spielt Flobby gerade die Runde seines Lebens? Chantau hat uns angelogen, oder? Ich glaube, Chantau hat uns halt einfach hart geplayt. Aber es war halt dadurch, dass sie die ganze Zeit schon... Chantau wusste halt die ganze Zeit schon, dass wir Lover Couple sind. Sprich, wir hätten es, glaube ich, gar nicht krass anders ausspielen können. Ja, wir hätten es gewinnen können, wenn wir Vleste oder Franz gewartet hätten. Danke fürs Tragen. Chantau, du warst aber der, der nicht gewartet. Alle anderen hatten schon deutlich vorher gewartet. Du warst Imposter, Franz, ja? Du, Chantau, du hast nicht gewartet. Ich hab das tatsächlich die meiste Zeit. Am Ende hab ich's dann schon gerafft, so ein bisschen. Also ich hab die Wahrscheinlichkeit, dass... Aber Franz, wenn ich dich frage in der ersten Runde, bist du Imposter oder Crewmate, kannst du aus Scherz einfach sagen, ha, ich bin Imposter, damit ich weiß, dass du wirklich Imposter bist. Habt ihr nicht diesen Chat? Diesen Lover Chat? Nein, den gibt's bei der. Ach so, okay, okay. Das ist immer so ein Ding, wenn ich's dir sage, bist du ja mitschuldig und ich wollte dich einfach vorm Gefängnis bewahren. Was? Ja, wir sind Lover. Ey, dann hätt ich das so anders ausgespielt. Ich mein, das hat ja trotzdem funktioniert. Ich hätt... Ich hätt... Ich hätt bis gerade... Bis gerade hatte ich übel Angst, dass Chantau in Wirklichkeit der Imposter ist. Echt? Eieiei. Ja, klar. Wer war jetzt der andere Imposter? Ich? Jeff? Franz? Ja, okay, das heißt, wir hättens gewonnen, wenn wir Franz gewartet hätten. Genau. Richtig. Wir müssen in den Meetings immer so ein ganz kleines bisschen durchatmen. Ihr habt euch so hart zerfetzt. Ihr habt euch so hart zerrissen. Können wir auch wieder die Regel einführen, dass derjenige, der Reportet als erstes spricht? Ja, ganz cool. Ja, gaga, bobo. Ha, ha, ha. Viel Spaß. Oh, no. Oh. Man kann aber nicht mehr... Ich krieg nur die pinken Rollen. Man kann aber nicht mehr miteinander schreiben, ja? Interessant. Man kann nicht mehr miteinander schreiben, anscheinend. Und Camouflager gibt's. Das macht's sehr, 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 sehr gefährlich. Also extreem gefährlich, tatsächlich. Oh, sie ist hier. Perfekt. Rot ist tot. Laufen wir sofort mal zur Lebenslinie und schauen nach... Hm. Ich hilf sich ungefähr 4,5 Sekunden aus. Ja, gut. Also, ich kann nur... Ich kann Timmit... Ich kann Timmit sowieso dafür ausschließen, aber Unger auf jeden Fall auch. Wir standen zu dritt noch im Dropship. Wir standen in Camouflage die ganze Zeit zusammen. Ich muss da ganz kurz noch was fragen zu der Rolle von Timmit. Wenn er groß wird... Ab 18 kannst du mich töten. Ein normaler Crewmate. Wenn er groß wird, dann passiert gerade gar nichts, ne? Ja. Nee. Ein normaler Crewmate. Er darf nur nicht jetzt sterben, sozusagen. Auf gar keinen Fall. Er kann doch nicht sterben. Er kann gar nicht sterben. Doch, er kann sterben. Dann hab ich gewonnen. Imposter dürfen ihn aber nicht töten. Auch nicht, um den Crewmates im Wind zu versauen oder so. Ach so. Er darf nicht sterben, aber er kann sterben. Das Spiel ist sofort vorbei. Und er gewinnt dadurch aber auch nicht. Wie genau? Wenn er stirbt, was passiert dann? Wer hat dann gewonnen? Niemand? Niemand. Das Spiel ist vorbei. Niemand hat gewonnen. Du siehst ja die Zeit. Lass mal über Linda ein bisschen reden, kurz. Ja, also Parzival, Unge und Timmit waren im Dropship. Wenn er als Dunkel war, haben wir das Kind beschützt. Okay. Eine Person war im Lab und zwei Leute waren... Da war nur Elektrikel rein und da lag Baso, glaube ich, schon im Gang. Also ich bin gerade so durch die Tür. Eine Person war lab. Ich war mit Chuchu an Lifeline. Ist wirklich noch nicht lange tot. Und zwei Leute waren Elektrikel. Ja, ich bin wieder hochgelaufen ins Dropship und hab mit Timmit angesehen und hab gelacht. Der war denn in Elektrik? Warte mal, woher hat denn Vliske die Dings-Info? Weil ich's in Appen war. Aber hat Parzival nicht gesagt, er war mit Timmit im Dropship? Ich war mit Timmit, Unge, mit Timmit und Unge im Dropship, ja. Ach, Unge, ja, sorry. Dann bin ich in Elektrikel reingelaufen. Mein Gehirn ist ein Sieb. Ja. Timmit, Unge, Parzis, Concert Report. Jeff, Juli. Nee, es könnte jetzt EveryPot sein, aber mit den viereinhalb Sekunden ist das, glaub ich, ausgeschlossen. Ich bin jetzt schon sechs Jahre alt. Happy Birthday. Danke. Happy Birthday. Wenn wir noch weiter zwang Sekunden warten, ist er gleich 18. Können wir noch skippen? Könnt ihr mir noch mal sagen, wo Barzo genau lag? Die wollen, dass das Kind 18 wird. Ja. Elektrikel. Oh, was ist das? Okay. Das ist ein Swapper. Okay, also ein Swapper ist im Game. Also Lesk und Parzio haben nicht gewohnt bis zum Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von denen der Mörder ist. Mhm. Smart. Erstmal laufen wir jetzt zum Licht um. Das ist schon mal nicht komplett verkehrt. Weil wir da doch eine relativ hohe Chance haben zu überleben. Dann dürfen wir es auch nicht zu offensichtlich machen, dass wir ein Kappel sind. Nicht zu offensichtlich. Perfekt. Ihr seid dead. Jeff ist hier. Der war für den ersten Kill nicht mit drin. Der war in der Lab. Bei der Leute, wenn Dropshops, wir haben ja auch gesehen, dass jemand sehr spät aus Dropshops raus ist. Ähm. Kommt für mich halt wie gesagt eher Juli, Mateo und so. Eine Frage für den Kill. Es ist, also als Lava-Cromade ist natürlich einfach ein Gamble. Das zweite Person nicht stimmt. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Bin ich zu zeitig. Ich habe hier nichts. Licht schon wieder aus. Sehr gefährlich. Das können glaube ich auch bald wieder... ...aufwärten. Und Mateo ist diesmal tot. Das ist nicht schlecht. Da fallen immer mehr Leute für die Kills raus. Jeff im Admin-Table. Electrical Weapons Festival Storage. Das kann sein, dass bei Light ist, ob jemand kämmt oder dass Mateo ist. Lebt unser Baby noch? Na klar. Das ist ja auch noch vorbei. Okay. Baby lebt noch. Ich bin der Reporter. Ich habe eine coole Info für euch. Ja. Jeff und Schu-Schu fallen für den Kill raus. Ich war in Lifeline. Mateo war tot. Die beiden haben es nicht gemacht. Das kann ich ehrlich sagen. Eine Person kämmt gerade am Licht. Während Licht aus ist, macht das Licht nicht an die ganze Zeit. Es steht auch schon echt lange. Okay. Das ist der Karose sein. Warum? Ja, der ist da hochgelaufen. Hä? Ich war gerade in Coms checken. Danach war ich in Weapons checken. Ich bin durch Schu-Schu und so durchgelaufen. Und jetzt bin ich gerade in O2. Was ist mit mir? Weapons ist nicht richtig. Wann war es in Weapons? War ich dir gerade in Weapons? Nee, er war wirklich in Weapons mit Schu-Schu. Ja, stimmt schon. Aber wie hast du Coms gescheckt, wenn du Coms 2 sind und nur Weapons? Nee, Coms 2 war ja auch drin. Nee, ist schon ein bisschen länger her. Für den ersten Kill, da waren doch Timmid, Parzi und Unger, oder? Waren doch im Dropship. Ja. Karuso und Juli bleiben für mich halt am Sass. Nee, Juli ist auch aus für den Kill. Juli ist auch aus für den Kill. Nee, für den ersten an Baso fallen für mich Karuso und Juli. Ich war jetzt bei der Lava und bin gerade auf dem Weg zu Electric. Also, es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn Karuso schon wieder Impostor wäre. Er war schon eben Impostor. Nee, nee, das ist schon richtig. Er ist verdächtig. Er ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Das ist alles, was ich Timmit sagen will. Sehr verdächtig. Leider wieder, ich finde, ich habe... Timmit, Happy Birthday! Oh, danke! Timmit, du bist voll. Alles Gute, Timmit. Yo, danke, danke, danke. Komm mir runter, das Bücher ist egal. Komm mir runter, das Bücher ist egal in der nächsten Runde. Weil ich werde dir eine Geschichte vorlesen zu deinem volljährigen Dings. Okay, aber keine Perverse, bitte, ja? Auch, weil jetzt bist du 18. Oh. Nee, nee, nur Timmit darf die hören, deswegen... Aber kein Messer zirn, kein Messer zirn. Nein, nein, Timmit, komm runter. Okay, ich komm. Wie gesagt, Chef und Shushu sind raus, denke ich. Juli Karuso, einer von den beiden ist Impostor. Aber Vlesra, bist du der zweite Impostor, ist die Frage. Bin ich ja gar nicht. Achso, gut dann. Ist doch Quatsch. Wolle ich jetzt meine Tasks noch fern? Irgendwann wird Leidtum fixen, glaube ich. Harzi läuft ja zu mir in Slab anscheinend. Oder will zumindest. Chef ist auch schon wieder hier. Oh, Specimen Task. Nehmen wir das in Specimen rein. Wenn das Shushu ist, das wäre krass. Oh, zwei Leute sind hier, okay. Keine Ahnung, wer das war. Chill ich jetzt einfach? Ne, oder? Ich glaube, ich gehe trotzdem in Admin. No risk, no fun. Wenn ich sterbe, dann... Na ja. Als Crewmate Lover gewinnest, ist es halt so unmöglich gefühlt. Security zu Offslap. Timid, Jeff und Parzi? Moiners. Okay, wer stand... Vier Leute standen gerade an den Lifeline. Jeff, Vlesk, Unge, ich. Jeff, Vlesk, Unge, ich. Parzi liegt unten in Admin. Der ist gerade gestorben. Wir standen an den Lifeline. Ja. Jeff, Vlesk, Unge, ich. Bleiben Juli und Caruso. Ich war gerade in den Camps. Einer von beiden auf jeden Fall. Stimmt, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen an Admin-Table. Ich war ja kurz in den Camps. Bin jetzt auf dem Weg eigentlich zum Lab geworden, aber dann wurde es wieder dunkel. Caruso war auch kurz da. Ich bin kurz vor Lab. Und ich bin Shushu begegnet. Ne, du bist nicht... Ja, du bist kurz vor Lab, aber kurz... Ja, ich bin an den Lab rein. Ich war am Admin-Table. Bist du? Juli war wirklich in Security. Vier Leute waren an der Lifeline. Parzi ist gestorben an Admin-Table. Ich war im Lab, ja. Caruso ist gerade von unter dem Lab runtergewendet, den Admin hat getötet und es wieder weggewendet. That is not true. Ich glaube, wir haben beide... Ich hatte richtig Angst vor Unge, aber ich hatte auch komischerweise irgendwie irrationale Angst vor Timmit. Dann darfst du mich erinnern, dass Timmit so ein scheiß Kind ist und gar nichts machen kann. Ey, was soll das denn? Ich bin volljährig. Ähm... Dafür wollte ich dich jetzt. Ich auch. Ich glaube, Caruso ist kein Flaschen. Caruso, du bist gewendet. Wählen wir bei sieben. Nee, eigentlich nicht, aber Caruso ist so offensichtlich, dass es halt schwierig ist. Na doch, klar. Wir müssen auch davon ausgehen, dass eventuell ein Lover-Couple drin ist und da musst du bei sieben Voten. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist nicht ganz so... ganz so easy. Okay, das ist jetzt natürlich ziemlich blöd für euch. Weil it ain't me. Ich habe nur leider keine Info für euch, wer der zweite Impostor ist. Schade. Ich glaube auch, dass Juli wäre halt highly sass es. Einfach für den Kill in der... Aber ich will dich jetzt halt raus, Caruso. Nee, nee, sie war Security. Sie hat den Kill nicht gemacht gerade. Nee, ich war den allerersten Kill. Höchstens Shushu. Den allerersten Kill hat, glaube ich, Juli Versal gemacht. Okay. Aber ich bin Juli gecrust. Ich bin Juli gecrust. Shushu hat noch nichts gesagt. Shushu und RXZ. Warum, Vlesk, warum sagst du das? Ich glaube, dass Unge sich auch Timmy die ganze Zeit einkaufen könnte. Und von Vlesk habe ich leider keine Ahnung. Genau das mache ich auch. Aber zum Glück für euch sind Lights an. Viel Erfolg, viel Spaß. Wir werden auch nochmal voten. Danke, Mann. Also, Vlesk, warum beschuldigst du Shushu und RXZ überhaupt nicht? Wer hat jetzt nicht gevotet? Weil die in Runde 1 und 2 die ganze Zeit bei mir waren. Oder bist du in Runde 1 und 2? Ich habe nur ein Kill gefallen. Ich habe geskippt, weil ich es nicht bin. Ich werde mich ja nicht selber voten. Dann würde ich ja gerne zwei Leute rausnehmen. Das macht ja keinen Sinn. Haben wir die Regel, dass wir voten müssen beim Button? Jupp. Okay. Ja, dann würde ich den Button jetzt trotzdem drücken. In der Gefahr, dass ich rausgewollt werde. Weil ich eine Sache verdächtig finde. Und zwar, dass Vlesk nicht gegen alle schießt. Warum, Vlesk? Erklär mir das mal ganz genau. Okay, ich erkläre es dir sehr fundiert. Ich war in der ersten Runde zusammen mit Shushu an der Lifeline. Bin dann zum Atem-Table runtergelaufen. Habe eine Person aus dem Dropship rauslaufen sehen. Deswegen glaube ich, eure Dreier-Story. Ich weiß, dass Jeff rechts im Lab war, weil ich einen Punkt im Lab gesehen habe. Dann bleiben für mich Caruso und Juli übrig, weil Matteo am Anfang gestorben ist. Der war der dritte im Bunde, den ich verdächtig hätte. Ich weiß jetzt auch gerade vom Atem-Table. Von der letzten Runde jetzt. Ja, da habe ich gesagt, es könnte auch Shushu sein. Aber Caruso war für die ersten Kills so verdächtig, dass ich denke, dass Caruso die deutlich wahrscheinlichere Chance ist als Shushu. Das stimmt. Und die Sache ist, gerade für den letzten Kills, wer war denn mit uns zusammen an Lifeline? Wir waren zu viert. Jeff, Patsy, Jeff, Timit und Unger. Ja, das Problem ist, dass ich... Patsy ist ja runtergelaufen. Patsy ist gestorben, ja, ja. Caruso, Patsy ist runtergelaufen. Okay, also RXZ. Ja, das Problem ist, dass ich verwirrt bin wegen RXZ und Jeff. Das bringt mich auch schon anders. Ja, das ist... Okay, also Jeff und Timit und Bless. Wir waren an der Lifeline. Nein, also Shushu war im Labor, als wir da oben waren. Genau, und ich bin... Und sie hätte runterwenden können. Das habe ich auch gesagt. Ich bin Julie vor Deutsch gecrossed, sie ist dann Richtung Security und ich bin Lab reingegangen und dann war ich am Scanner gestanden, habe davor noch zwei Tasks gemacht und dann war mein Scan durch und dann wurde reported. Die Sache ist die, wenn jetzt kein Button wäre und wir hätten schon einen sicher raus, würde ich jetzt auch nicht voten, weil es ein Button ist, muss ich voten und für mich bist du die Verdächtigste, wenn du mich votest oder alle anderen auch mich, ist für mich okay. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass wir Caruso vielleicht noch falsch liegen können, deswegen vote ich. Aber dann würde ich eher Julie nehmen, weil die auf jeden Fall den ersten Kill gemacht hat, wenn es Caruso nicht war. Dann votet auf Julie. Shushu finde ich Quatsch. Weil Jeff weiß, Jeff, ich und Shushu müssten irgendein komisches Lover-Double-Imposter-Ding sein und das sind wir nicht. Wir kommen gar nicht in Frage für die Clips. Ja, perfekt. So ist noch besser. Ich wollte gar keinen raushaben, aber... Ja, wir mussten halt voten. Null. Okay. Hm. Dann gehe ich doch jetzt einfach dahin, wo ich nicht denke, dass mich jemand töten würde, oder? Hier hin. Moment, hier kommt jemand. Ich persönlich ja unbefriedigend, muss ich sagen. Okay. Ich habe eine interessante Info. Ich habe eine interessante Info. Erstmal Julie, die hat gereportet. Ja, ich habe Jeff gefunden. Mitten in der Tür von Electric. Also ich war im Admin-Panel und ich habe zwei Punkte Electrical gesehen. Sagst du gerade, Shushu. Mhm. Ja. Ist falsch. Und ich weiß, wo du bist. Ja, ist aber falsch. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass Shushu entweder Angst hatte zu sterben oder dass sie Joker ist, weil sie ist in ein Specimen reingelaufen. Ich habe noch gesehen, wie die Tür zugeht. Dann dachte ich, okay, die Person, die jetzt in ein Specimen reinläuft, ist für mich absolut unsass. Also richtig, richtig absolut unsass. Deswegen wollte ich der Person herlaufen. Ich warte, bis die nächste Intervalle losgeht, gehe auch die Tür rein. Und wer steht immer auch in der Dusche? Shushu. Also Shushu hat einen ganzen Intervalle in der Dusche verbracht, anstatt in ein Specimen so durchzulaufen. Ich habe keine Tasks mehr. Ich habe keine Tasks. Also wollte ich einfach verstecken? Ich bin fertig mit der Tasks. Ne, ich bin, nein, pass auf, ich war im Admin-Panel und ich habe gesehen, dass zwei Leute Admin waren. Licht war aus und ich habe die zweite Person nicht gefunden. Und dann habe ich gesehen, dass die Tür unten aufging und dann bin ich bei der zweiten Tür reingegangen und habe dich gesehen. Okay, also Shushu hat auf jeden Fall den Mord nicht begangen, das kann ich sagen. Okay. Also ich würde auf gar keinen Fall mehr Shushu voten, weil ich habe das Gefühl, dass sie Joker sein könnte. Ähm, sie hat auf jeden Fall den Mord nicht begangen, da bin ich mir 100% sicher, wir waren nämlich in der Dusche. Okay, Juli hat reported, es ist nur wichtig, wo Blast und Timit gerade sind. Ich bin auch Shushu. Timit ist eigentlich unwichtig, weil er als Kind... Ich bin eh ein Kind gewesen. Ja, ja. Ich bin ein Specimen. Das können für mich dann nur noch Blast oder Juli sein. Du bist ein Specimen gewesen? Ja. Ich war ein Specimen, ich habe sogar die Tür hinter mir aufgehend gesehen, aber ich wusste nicht, wer drin war, deswegen bin ich weitergelaufen, weil ich dachte, dass eventuell der Killer hinter mir ist. Boah, ich habe jetzt keinen Plan mehr. Shushu, du hast also gesehen, dass jemand in ein Specimen vor dir reingegangen ist? Die Türen sind aufgegangen, ja, und ich war davor, zwei Punkte waren im Atmen. Dann stimmt die Geschichte. Und ich habe sozusagen gesucht. Ja, dann stimmt die Geschichte schon best. Und es waren zwei Punkte elektrisch, also kann es nur Juli sein. Ja, dann ist es ein Selfieport. Nee. Kann nichts anderes sein. Es gibt keine andere Wildkeit mehr. Ich habe halt auch die ganze Zeit Angst, dass Blast und Shushu einfach Loverimpostor sind. Ich habe die eine Tür aufgemacht, ich laufe rein und vor mir liegt die Leiche. Kann natürlich sein, es ist ja Licht noch aus, kann natürlich sein, dass der Killer auch gekillt hat und noch neben uns steht. Ja, wenn wir jetzt, okay, Timmit, die Idee von dir finde ich auch gut. Wenn Blast und Shushu Loverimpostor-Duo sind und Shushu nur so tut, als ob sie Blast ein Alibi gibt, damit Blast, so weiß ich, aber das ist schon unwahrscheinlich. Ich habe gesehen, ich hätte den Killer gar nicht machen können. Ja, dann weiß ich nicht, wer es ist. Jeff hat uns doch geproft. Jeff hätte doch der Impostor sein müssen, aber er ist gestorben, das kann er gar nicht sein. Ey, GG, gut gespielt, Blast. GG. Du Loverimpostor, du Loverimpostor. Ich bin Shushu, war ein Lovercouple, ja, aber es war kein Brustor. Ey, Brusti, ey. Krasser, war doch ein Brustor. Fast geklappt, Karuso. Ich hatte die Rolle, was wollte ich für eine Rolle? Schild, ich habe das Baby geschildet. Echt denn? Ja, aber das sieht das Baby an nicht. Das sieht das Baby an nicht. Du bist mir gerne hergelaufen und ich war Leiter und ich dachte, wie kannst du mich so krass chasen?